Angekommen, Freunde. Geht's reinchen? Ja, komm mal raus. Guck mal, wie schön die ist, ne? Was eine Luft hier oben ist. Boah, Freunde. Na gut, man kann jetzt hier nicht viel sehen, aber wir sind tatsächlich jetzt in der Sächsischen Schweiz angekommen. Am Rand. Am Rande der Sächsischen Schweiz. Das ist ein Natur-, ein Dinges, wie heißt der nochmal? Naturpark, nicht Naturpark. Naturpark. Nicht Tupac, Naturpark. Was? Ein Dinges Park. Nationalpark. Was hättest du von Nationalpark? 24 Stunden parken von 0 bis 24? 10 Euro. Da kannst du nicht mehr kommen. Und wir wollen ja morgen da in diese, wie heißt die Berge nochmal? Aber ich bin ein bisschen verwirrt. Was heißt die Berge? Bastei. Bastei. Die Berge, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Bastei-Brücke. Genau, die Bastei-Brücke, Freunde. Das muss so ein tolles Monument, Bau-Denkmal, schönes Teil sein. Also Kätzlein hat es schon gesehen, ich habe es noch nicht gesehen. Also Kätzlein hat es im Internet gesehen. Aber wir werden es euch morgen live präsentieren. Jetzt müssen wir aber gleich erstmal ein bisschen essen. Wir haben kein Internet. Wir haben kein Internet. Das heißt, wir müssen das Styling auspacken. Oh, zack, pauch. Hier oben. Da ist ja feste gemacht, hier der Styling. So, jetzt machen wir hier Geschwindigkeitstest. Oh, 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 auf Anhieb. Wow, guck mal hier. Na gut, jetzt geht ein bisschen runter. Aber 164 habe ich. Auf den Fernseh gucken können wir heute an Kätzleinchen. Aber wir haben ja keinen Strom. Strom haben wir, klar. Dank Wattstunde Solarkontor haben wir Strom. Da haben wir nämlich den Sandvorder mitgenommen. Und jetzt, Freunde, bevor wir morgen uns da hinbegeben in die Kalk-Sandsteine, in die wahnsinnigen Felsen. Bastei. Bastei-Felsenbrücke. Müssen wir jetzt ein bisschen was essen. Der Geldrupf. Kätzleinchen hat die Salzperlen reingeschmissen. Ja. Und was gibt es denn noch, Kätzleinchen? Wir haben ja gesagt, Fritz-Körevus, wir machen so eine kleine Cooperation. So, ne, Support ist kein Mord. Und es gibt zwei neue Dosen. In einem einzigartigen Design. Aber, Freunde, hier steht ein J drauf für Jack. Und hier steht ein K drauf für Kätzchen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, genau, schreibt ihr mal in die Kommentare rein, was ihr meint. Ja, welche Art von Currywurst oder Wurst oder man weiß es ja nicht, hier drin ist. Und bei Kätzleinchen. Okidoki, Freunde. Ich bin mal gespannt. Ist heiß, Kätzleinchen, ja. Mal pusten. Guck mal, wie schön der Himmel aussieht. Na, wir wollen sehen, wie du probierst. Ja, probier mal schnell, dann können wir uns das auch angucken. Die Reiskörner war ich? Mhm. Ok. Es riecht tatsächlich nach, dass... Man sieht nicht, was das ist. Man sieht nicht, was das ist. Man sieht auf jeden Fall eine Currywurst. Aber in welche Geschmacksrichtung die geht, lasst euch überraschen. Also, tu mal alles schön rein. Guck mal, was da doch eine Menge ist, ey. So ganz unvoreingenommen so was ist. Kann man das schmecken? Ja, auf jeden Fall. Jetzt hast du nämlich auch hier die richtig schön die Soße. Ich muss die jetzt probieren. Jetzt so im Nachhinein merkst du diesen Geschmack von den kleinen Kügelchen hier. Oh ja, und jetzt kommt so im Nachhinein auch so ein bisschen Schärfe danach. Du hast mehr so salzig. Du hast dich nicht getraut zu verdünnen, Kätzleinchen. Ich hab ein bisschen Wasser rein getan. Okay. Mach mal grad wieder. Geil umat, ey. Wir sind heute Morgen leider nicht ganz früh aufgestanden. Deswegen müssen wir heute erstmal arbeiten. Mein Arbeitsplatz ist hier. Kätzleinchen, das Arbeitsplatz ist hier. Wir sind hier draußen. Wir haben uns hier oben auf den großen Parkplatz schön verzogen. Hier oben, zack, pow, also wirklich richtig schön. Wir hatten hier auch eine richtig mega coole Ruhe gedacht. Wir haben hier gepennt und nachher gleich, wenn alle hier wieder weg sind, der Parkplatz hier wieder leer ist, weil das ist schon ziemlich voll hier. Und dann werden wir uns so um 17 Uhr, werden wir uns auf den Weg machen zu der Brücke und zu dem Gestein. Wir werden da ein bisschen rumkraxeln und da nehmen wir euch natürlich mit. Es ist 17 Uhr 20. Wir haben den Parkplatz hier erreicht. Der ist nur ungefähr drei Kilometer von dem Parkplatz entfernt, wo wir übernachtet haben. Jetzt erschreckt sich schon. Nee, aber wo wir übernachtet haben, dieser Park- und Stellplatz, der hat Toiletten hat er, ja, aber sonst hat er nichts. Und hier ist 2 zu 7 Euro. Für nichts. Für stehen, damit du da hinlaufen darfst. Ja, die wissen schon, wie sie Geld machen, aber naja, gut. Wir laufen jetzt zu der Brücke, Freunde. Ah, ich bin schon richtig gespannt. Jetzt rein ich hin. Das geht ja in Deutschland und in der Tschechei. Böhmische Schweiz, Sächsische Schweiz, Sächsische Schweiz, Landschaftsschutzgebiet. Das ist ein riesen, riesen tolles, also ein schönes, in der Nähe von Pirma. Also hier sind wir. Da sind wir? Ja. Okay, und wir wollen zu dieser ganz tollen Brücke. 400 Kilometer markierte Wanderwege, 12.000 Aufstiegsmöglichkeiten. Mir reicht schon eine, um da hochzukommen. Ein Uhu. Ein Uhu. Ich glaube, ich habe diese Nacht sogar von einem Uhu geträumt. Ach so. Ja, dann habe ich mich so erschrocken diese Nacht. Und dann habe ich mit dem Fuß, wollte ich den Uhu so wegscheuchen, da habe ich volle Kanne gegen unseren Küchenschrank getreten. Also im Auto. JT. Ja. Da hat er gehupt. Weg der Alarmanlage angegangen. Hättest du noch nicht gehört. Uns kommen Massen entgegen, Freunde. Wir haben richtig Glück, dass es so ruhig ist jetzt, wenn wir da sind. Der ist schon da. Oh ja, boah, die Wurzeln. Da kannst du dir aber mal richtig schnell die Haxen bei Kraxen, ey. Boah. Krax? Alter Jolli. Was das ausgewaschen ist, ey. Junge, 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 Junge. Ei, der Daus. Oh. Oh. Dieses Gestein nennt sich Wellstein. Ich dachte, das wäre so Sandstein. Ihr die Leute, die ihr Ahnung habt, ne. Verschont uns nicht mit Kommentaren. Verschont uns bloß nicht. Hau rein. Nein. Aber so wie... Ein ganzer Bus voll Japaner. Ja. Isu. Hau mal geil. Entschuldigung. Wie viel Uhr haben Sie hier auf? Bei Essen haben wir keine mehr. Getränke bis 18. Oh, okay. Danke. Da gehst du zum Restaurant. So, Panorama-Restaurant, Sommerterrasse, Bastei-Brücke. Hier gerade ausgezeichnen. Ich habe immer Bastei-Brücke gelesen. Bastei. Also da gehst du... Die haben nur bis 18 Uhr auf, ne? Okay. Ist ja nicht schlimm. So, hier geht's zu der Bastelbrücke. Hallo. Eine Magnetät haben wir gerne. Dieses? Ja, bitte. Bitteschön. Sechs Euro, du kommst da bitte. Ich kann's rein, ich bin schon aufgeregt. Aber was? Oh, oh, guck mal da geht's mal hin. Komm, ich geh halt auf da. Komm jetzt hin, hab ich nicht mehr so Angst. Wow, wie schön. Hey. Ja, komm jetzt. Alter. Wie cool ist das denn? Hier ist auch kein gerader Strich wie im Hundertwasserhaus. Es gibt keine gerade Linie. Alles kommt schief hier. Diese auf dem langen Sandsteinriff, siehste, gelegene Burg war mit ihrer Bergang sehr beeindrucksvoll. Und Besonderheit im Burgenbau. Wir müssen jetzt rauskriegen, wie das jetzt ist. Ob die Burg hier oben war, nur die Brücke hier hingeführt wurde, so wie Ketzel eigentlich gesagt hat. Georgina hat gerade noch schnell angerufen und hat gesagt, nee, pass auf, das ist völlig ganz anders. Ihr liegt völlig falsch. Der Burgenburg ist schon hin und ist schon am vermessen alles. Ich bin echt gespannt. Ach, toll hier. Richtig toll. Also das ist echt ein Ausflug wert, wenn man mal hier in der Gegend reint. Oh, der lebt noch. Guck mal, wie lang die Wurzeln sind. Wie das aussieht, ey. Krass. Ach du Herrje. Jetzt kommt hier der Gipfelaufstieg. Ach du Jemine. Kommt jetzt, Leichen. Egal wie, du musst da rauf. Boah, da müssen wir jetzt auch mal gucken hier. Jetzt hier hoch. Guck mal da. Ich weiß nicht wie weit, aber wir gucken einfach mal. Vielleicht muss ich den Staffelstab gleich wieder übergeben. Aber wir gucken mal. ... Nachhaltigbe 320, andere hinein. Die zweite Maschine. Bernerhepunk! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So geht es weiter. Also, ich glaube, dass diese Brücke, die ist ja, guck mal, auf diesem Felsen hat doch bestimmt das Schloss gestanden. Wo sollen die Leute denn sonst, warum sollen die sonst eine Brücke gebraucht haben, wofür? Vielleicht kann es von unten nach oben. Nee, 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 nee. Die sind von diesem Haupt, hier ist ja das Festland, sag ich jetzt mal, haben sie dann die Brücke da reingeschmettert und sind dann, da stand diese Burg. Diese solle Burg hat man immer so am Rande von den Bergen, da hat man ja immer so Subburgen und Schlösser gebaut, geht es mal hin. Also ich gehe mal davon, vielleicht steht da drüben noch irgendwie so eine Tafel. Guck mal, da oben sind auch so Berge und da ist die Spitze. Ja, Tafelberge nennen die sich, Tafelberge. Ja? Ja, Tafelberge. Ah, okay. Das sind Tafelberge. Da hinten diese Berge und diese ganzen Bergformationen, weiß ich nicht, ich kann mal ein bisschen klein bisschen da reinlatschen, mehr kann ich nicht geben. Oh, kann man schon ein bisschen, also das, die nennen sich Tafelberge. Freunde, warum nennen die sich Tafelberge? Habe ich jetzt nicht im Kopf. Boah, halt der da aus, ey. Oh, guck mal da, da kann ich gar nicht hingehen. Oh, Freunde. Aber guck mal hier, da. Ach da, nee, doch, doch, da sind Bäume abgestürzt und alles. Zwischendurch lösen sich auch mal diese Felsen. Na, wenn ihr hier seht, so hier, da so, das ist wie, wie so Thea. Wenn du hier so kratzt, dann kannst du da schon, nicht, dass der ganze Fels jetzt gleich zusammenbricht, weil ich hier wieder Dummheiten mache. Nee, aber im Ernst, jetzt muss, jetzt muss, muss ich die Feuerwehr aber hier wegholen. Jetzt kommen wir zu der größten Herausforderung, Freunde. Nicht der Felsen, hier der Abgang und jetzt kommt die Brücke. Wow. Ich mache einfach die Augen zu und rennen laut schreiend rüber oder so. Irgendwie sowas. Wow. Alter, das fängt schon an, Freunde. Das fängt schon an. Guck dir, diese Felsspalt. Ach, du je. Ich weiß jetzt nicht, ob das überhaupt so rüberkommt, aber das ist schon... Krass. Guckt euch diese Felsen an. Da ist jetzt, da, da fängt die Brücke an. Da, das war mit Sicherheit drüben. Also, wir müssen, also, wir sind drauf echt gespannt, was die Leute sagen und was gleich Wikipedia sagt. Ach, da ist jemand. Zur Erinnerung an die Bastei-Jubelfeier steht da 1797, 29. Ne, doch, 19. Mai, 1897, 100 Jahre. Okay. Von 1797 bis 1897, 100 Jahre. Oh, was steht da unten? Das kann ich nicht so... Ich kann da... Gestorben als Pastor. Ah, vielleicht hat er auf dieser Bastei, die drüben auf dem anderen Ende war, gelebt, Kitzmeierchen. Ne, wirklich nicht. Niemals. Der hat da drüben gelebt, Kitzmeierchen. 100 Prozent. Der hat da drüben gelebt, Kitzmeierchen. Ja, ich bin dabei, Freunde. Hier, Hermann Krone. Hic primus luce bintzic. Hermann Krone malte hier als erster mit Licht. Ach so. Der Dresdner Wissenschaftler und Fotograf Hermann Krone fotografierte im Sommer 1853 die ersten Landschaftsaufnahmen der Sächsischen Schweiz. War das nicht der, dem das so gut gefallen hat, dass er mal wiedergekommen ist und irgendwie Heimweh hat und gesagt hat, so, das heißt jetzt ab heute Sächsische Schweiz oder so? Ich weiß es nicht. Mal Freunde, jetzt, guck mal hier. Alter, Wikinger. Und jetzt hier hinsetzen und ich lasse mich gleich vom Hubschrauber hier abholen. Alter, ich muss mich hier festhalten. Ist ja geil. Oh, Freunde, jetzt, guck mal hier. Guck mal hier. Da, da, da. Da, da, da. Denn der Wikinger und die starken Männer, das Lied singe ich gerade. Boah, ist das toll hier, ey. Aber ich muss mich hinstellen, das ist halt schöner. Boah, Freunde. Boah, 1000,000,000,000,000 Kilometer geht es noch runter. Boah, Alter, Jolli, ist das geil. Boah, mir ist ganz, ganz komisch jetzt. Ja, ihr könnt natürlich hören. Das macht mir nichts. Muss ich den ein bisschen da hinten rüber, oder was? Alter. Ach, diese Teile. Eine Platzerweiterung für die Burg. Ja. Videoüberwacht. Felsenburg. 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 Hier ist der Eingang zur Felsenburg. Ja, 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 ja. Videoüberwacht. Ja, wir überwachen gerade. Alter, Jolli. Jetzt fällt Platsch. Aber hier waren so lange keine mehr da. Freilich Museum Felsenburg. Mit spektakulären Panoramaaussichten und Blick auf die Vasteilburg. Aber leider, das ist die Felsenburg. Da kennt man eigentlich nur die drüben angesiedelt. Aber das macht nichts. Gätzchen kocht vor Wut. Guck mal, da sind wir gerade durchgegangen. Und dann war die hier auf diesem ganzen Gelände. Das ist der erste Hausdruck. Ja, und hier ist dieser Sechsausblick zum Mönch. Sechs, ach siehst du, aber da kannst du ja leider nicht, kannst du ja nicht nutzen. Sonst wären wir mal schnell zu dem Mönch gelaufen. Ach da, da kannst du dann zu dem Mönch gucken. Komm, jetzt hier runter. Basteil, zehn Minuten, okay. Gut, wir gehen jetzt nochmal hier um den Felsen rum. Vielleicht kommt noch eine kleine Überraschung. Und jetzt hast du schon mal wieder eine bombastische Aussicht. Beim Sonnenuntergang. Auf jeden Fall, ne. Das ist bestimmt, weil hier da, ne, wahnsinnig. Wir gehen bis da vorne hin und so alles nur um das revolutionärste Pick zu schießen. Also nicht das Tier, sondern hier das Bild, ne. Wir gehen hier nochmal richtig, nochmal richtig nach oben. Hä? Ich sag, jetzt geht's hier nochmal richtig nach oben. So, siehst du, wir kommen genau richtig. Mahlzeit, bitte euch hin, perfekt. Besser geht nicht. Eine Stunde sind wir jetzt hier durch die Berge rauf und runter, eine anderthalb Stunde. So, und wir könnten noch zu den Schweden löchern. Das sind so Höhlen, in denen sich in einem Krieg, ich weiß jetzt nicht, in welchen das gewesen ist, die Leute versteckt haben, die ganz die zivile Bevölkerung vor den schwedischen Angreifern. Soweit ich das irgendwie noch in den Höhlen habe. 20 Minuten Fußweg. Aber den sparen wir uns für heute. Weil wir müssen nämlich heute noch weiterfahren. Wir werden heute noch die Tour aufnehmen, wahrscheinlich Richtung Prag. Schauen wir mal, wir müssen noch am Baumarkt vorbei. Ein paar Provianztüten kaufen. Und wir sehen uns gleich wieder vorhin. Essen, J, T, da hat er schon gefunden. Da ist er. Weiter. Oh, bestätigen. Ach, Münzen haben wir nicht. Ohne als Wohnmobil 20 Euro. Ja, überleg mal, wir können Wohnmobil. Wir haben Pkw, ist auch als solcher erkannt. Freunde, wir reiten durch die Nacht von Pirna. Pirna waren wir jetzt noch ein bisschen eingerufen, haben noch ein bisschen Vorräte geholt. Und Ketzaleinchen hat in der Zeit, hat Ketzaleinchen hier schon mal die E-Vignette. Was ist das für eine App, Ketzaleinchen? Wie heißt das? Da, Ketzaleinchen-Zeit da gerade. Autovehikel, 3,5 Tonnen, 10 Tage um die 13 Euro. Nach 500 Metern links auf A17 nach Prag, Praha abbiegen. Das ist ja ein bisschen Bescheid. Falls wir verloren gehen, müssen wir uns in der Ecke auf jeden Fall suchen. Und ich würde sagen... Links auf die Auffahrt A17 abbiegen. Machen wir jetzt und wir sehen uns in Prag wieder, Leute. Bis später. Die Karlsbrücke ist zweifellos eine der berühmtesten und schönsten Sehenswürdigkeiten in Prag. Diese historische Brücke ist ein Symbol für die Stadt und eine faszinierende Attraktion für Besucher aus aller Welt. Die Karlsbrücke wurde im 14. Jahrhundert unter der Herrschaft von Kaiser Karl IV. erbaut und ist eine der ältesten erhaltenen Steinbrücken Europas. Die Brücke wurde über die Jahrhunderte hinweg mehrmals restauriert, aber ihr ursprünglicher mittelalterlicher Charme ist erhalten geblieben. Sie wurde benannt nach Kaiser Karl IV., der eine wichtige Rolle in der Geschichte von Prag und Böhmens spielte. Wir müssen leise sprechen. Weil wir auf dem Campingpark Platz sind. Ja, das ist ein Camperplatz. Hier stehen alle so Camper. Hier stehen ein bisschen Wohnmobile rum. Also mitten in Prag ist das überwachte Platz. Da oben sind schön alles Kameras und Geduld. Wir laden gerade die Power Station. Wir haben extra früh noch im Baumarkt, haben wir noch Kabel gekauft. Wir hatten kein Stromkabel dabei. Da haben wir jetzt noch ein Stromkabel gekauft und Wasserstoff, wenn wir mal hier Wasser brauchen. Aber wichtig ist jetzt, ja, was kostet der Platz hier? 20 Euro für 24 Stunden. 20 Euro für 24 Stunden. Und der Strom ist dabei eigentlich. Strom und Wasser. Strom und Wasser ist dabei. Kannst du nicht mehr meckern. Ist zwar und ist bewacht und sowas alles. Wir stehen noch eine andere große Camper und große Wohnmobile. Ja, wir fallen so in der kleinen Ladesäule. Das Knüppeln war erstmal so. Wir brauchen ja noch nicht mal so eine Stunde. Dann ist die Power Station wieder mit 2300 Watt voll. Und ja, dann sind wir wieder auf der sicheren Seite. Okidoki, Freunde. Das war's. Der zweite Teil. Und wir hoffen, das Video hat euch Spaß gemacht. Morgen geht's für uns weiter. Und zwar machen wir morgen Abend drei, vier Stunden richtig schön Prag und so. Und ein Spaziergang durch Prag. Ist wieder ausgegangen. Ich muss wieder dahin und wird jetzt Sicherung einmal. Ich kriege hier eine Waffe. Ich weiß nicht, die Power Station zieht zu viel Power oder so. Da sind die hier in Prag nicht gewöhnt. Also hier. Da ist die hier. Verkabelung ist hier. Oh, knallt ewig. Aber Freunde, das ist alles kletsche, pitsche, patsche nass hier. Da läuft das Wasser, die Kabel hier runter. Naja, egal. Wenn die Power Station einmal voll ist, ist es gut. Morgen gibt's wieder Solarstrom von oben und alles. Und mal eine Stunde knallt uns auch wieder die Bude voll. In diesem Sinne, Freunde. Ich seh die hier, die Kirschtürme. Hier von Einchen sieht da hinten irgendwelche schönen Kirschtürme. Wie gesagt, wir machen morgen ein neues Video. Jetzt könnt ihr dann den dritten Teil sehen. Und ja, bleibt einfach dabei. Für euch ein fettes Homedo und ein mega Dankeschön für euren Support. Support ist kein Wort. Echt vielen Dank dafür. Und Abo, Glock, Daumen. Wir sehen uns spätestens im nächsten Video. Hoi, no. Und keep it simple. Schon wieder die Sicherung aus. Warte, ich ruhe kaputt. Ich ruhe aus. Ich ruhe ab. Ich ruhe wandere.